Euer Sacken Zockt hier, nur noch mal eine kleine Anmerkung, dass das Minecraft Update 1.4, also die nächste Version, in der Vollversion, wahrscheinlich ein riesen Bugfix-Update wird, also unter anderem viele Bugfixes, natürlich auch bestimmt neue Items. Aber sehr viele Bugfixes, das kann ich euch mal kurz zeigen in der Vorform, das sind ganz viele Bugfixes von ganz vielen Bugs, die berufen werden sollen, das wird natürlich dann eine große Vorteile im Spiel geben. Das war's mir mal eben, Link ist in der Beschreibung. Schönen Tag noch, Sacken Zockt!